Hallo, herzlich willkommen auf der Best of Events 2020, hier am Stand von Wiesbaden Convention. Wiesbaden ist eine Destination in der Nähe von Frankfurt am Main und hat drei wunderschöne Locations, die sich alle super gut ergänzen für Tagungen, für Events, für Konzerte. Zum einen haben wir das historische Kurhaus, wo wir seit über 100 Jahren alle Gäste begrüßen und was prädestiniert ist für Konzerte, aber auch für Tagungen, für kleinere Meetings. Es ist eine sehr historische Location. Wir haben seit 2018 das Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden, was mit über 16.500 Quadratmetern auch für große Kongresse gut geeignet ist. Und dann haben wir eine kleine Perle, das Jagdschloss Platte. Das ist nur zehn Minuten entfernt im Brünen gelegen und es ist ein wunderschönes Schloss, aus dem 18. Jahrhundert. Was neu bei uns ist, dass alle drei Locations über ein Online-Tool selbsterklärend präsentiert werden. Das ist zum Beispiel hier für das Kurhaus. Man kann die einzelnen Raumgrößen suchen nach Veranstaltungsteilnehmerzahl und dann kann man in die Grundrisse gehen, in die Kapazitätenplanung. Das befindet sich auf der Wiesbaden Convention-Seite unter den einzelnen Locations Jagdschloss Platte, Kurhaus und Rhein-Main-Kongress-Center. Und ansonsten ist Wiesbaden immer eine Reise wert. Wir haben ganz viele Veranstaltungen übers Jahr und bieten für jeden Gast und für jeden Tagungs- und Businesskunden das richtige Angebot. Bis bald! Wir haben ganz viele Veranstaltungen über die Aufmerksamkeit. Wir haben ganz viele Veranstaltungen über die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.